hallo ihr lieben heute möchte ich euch gefüllte tomaten zeigen das ist richtig richtig lecker müsst ihr unbedingt mal ausprobiert haben und zudem ist das auch noch vegan wir machen das nur mit reis wir brauchen erstmal tomaten wie viel ihr nehmen möchtet ist natürlich euch überlassen ich habe so ungefähr acht stück ihr könnt natürlich auch mehr oder weniger nehmen die tomaten habe ich gründlich gewaschen und schneide das obere stück aber nicht ganz so dass das als dickel benutzt werden kann und werde dann das innere mit dem messer einfach rausschneiden die kerne müssen dann komplett draußen sein und das schmeißen wir natürlich nicht weg das nehmen wir dann später für die füllung ich habe die tomaten erst mal so vorbereitet und beiseite gelegt und anschließend dann die füllung vorbereitet wie gesagt die füllung ist vegan es wird nur mit reis vorbereitet mit olivenöl und diese gerichte sind in der türkischen küche sehr beliebt und auch bekannt und das wird dann meistens kalt gegessen so sehen dann die tomaten aus das innere ist richtig raus und oben haben wir den deckel jetzt werde ich die füllung vorbereiten für die füllung habe ich drei große gemüsezwiebeln 13 knoblauch dann brauchen wir noch mal zusätzlich drei tomaten frische petersilie und ein esslöffel tomatenmark oder paprikamark dann habe ich so ungefähr 300 gramm türkischen reis den habe ich seit eine stunde in wasser liegen damit die stärke rausgehen kann dann brauchen wir salz pfeffer schillepulver ein bisschen getrockneten pfefferminz 100 milliliter reines olivenöl ein esslöffel granatapfelsirup und zusätzlich zum kochen 50 milliliter wasser zuerst habe ich die zwiebeln knoblauch klein geschnitten und in öl angebraten und anschließend den reis hinein gegeben der reis wird dann auch mit den zwiebeln richtig schön angebraten dann kommt tomatenmark hinein ihr könnt auch tomatenmark mit paprikamark vermischen das muss dann auch richtig angebraten werden so dass der reis die farbe bekommt dann kommen salz und gewürze hinein und anschließend die tomaten die ich klein geschnitten habe und die innere von den tomaten zum schluss kommt frische petersilie hinein granatapfelsirup und gebe dann so ungefähr 50 milliliter kochendes wasser hinein mache auch den herd schon mal aus und lasse es auf dem herd noch mal fünf minuten ziehen und fertig ist die füllung dies auch in der zwischenzeit ausgekühlt jetzt werde ich die tomaten mit dem reis füllen wie gesagt wir machen dieses gericht auch mit anderes gemüse ihr könnt mit dieser füllung paprika füllen ihr könnt zum beispiel gefüllte weißblätter machen weinblätter machen das ist alles möglich die gefüllten tomaten in einen topf hinein geben dann salz darüber noch mal 50 milliliter olivenöl und gebe dann so viel kochendes wasser darüber bis das ganze abgedeckt ist dann wird das mit geschlossenem deckel unter schwacher hitze gekochelt und so sehen sie dann servierfertig aus so das war es dann heute auch von mir ich hoffe dass euch auch dieses rezept gefällt probiert das unbedingt aus wir sehen uns dann in einem neuen video wieder und sage tschüss